So, die beiden Trainer sind da und daher herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Elfter Spieltag, Freitagabendspiel, 9.470 Zuschauer. SV Sandhausen gewinnt 1 zu 0, Eigentor 41. Minute, Stipe Wucu zu meiner Linken. Unser Trainer, der Alois Schwarz, zur Rechten, der Gästetrainer Konrad Fünfstück. Und wie sich das gehört, hat der Gästetrainer das erste Wort. Herr Fünfstück, wie haben Sie die 90 Minuten Ihrer Mannschaft hier bei uns am Hartwald gesehen und erlebt? Ja, zunächst mal schönen Abend. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, kann sich vorstellen, dass wir extrem enttäuscht sind heute über diese Niederlage hier in Sandhausen. Wir haben, glaube ich, über die kompletten 90 Minuten ein richtig, richtig temporeiches, schnelles, gutes Spiel gemacht. Defensiv gut gestanden. Alles, was wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt. Und haben eine Unachtsamkeit, die dann zum Gegentor führt. Die Jungs sind enttäuscht, genauso wie wir vom Trainerteam. Aber ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass wir, wenn wir diesen Weg, den wir heute eingeschlagen haben und auch schon in den letzten beiden Spielen so weitergehen, auch belohnt werden. Denn da war Feuer drin, da war wirklich Engagement drin, da war eine richtig gute Zweikampfführung. Und das Einzige, was uns heute gefehlt hat, ist, dass wir uns belohnen im Torabschluss. Es war immer wieder ein Fuß dazwischen. Es war immer wieder ein aufopferungsvoll kämpfender Spieler von Sandhausen dazwischen. Und deswegen fahren wir heute mit leeren Händen nach Hause. Schütteln heute, morgen wieder Training. Und die nächste harte Aufgabe wartet auf uns. Und mehr gibt es heute nicht dazu zu sagen. Danke. Hallo, wie hast du die 90 Minuten erlebt? Ja, der Kollege hat schon gesagt, ein aufopferungskämpfender Sandhausen hat sich dazwischen geworfen. Wir haben von Anfang an gewusst, aber der Gegner hat sich, glaube ich, auch so darauf eingestellt, dass es hier ein Kampfspiel wird. Das war überall zu lesen. Und das ist auch ein Kampfspiel geworden, mit Sicherheit dann auch, weil viel gekämpft worden ist. Für die Bundpartei ist es nicht einfach, so ein Ding zu leiten. Wir haben den Kampf dann auch über 90 Minuten hindurchführen können, auch wo wir nur noch zu zehnt waren. Das habe ich immer gesagt. Wir haben eine charakterstarke Truppe. Wir haben uns dagegen gewehrt mit Leidenschaft und haben das dann auch noch nach Hause gekriegt. Da ist ein bisschen Glück immer dazugehört, ein guter Torwart dazugehört. Das haben wir heute auch gesehen, weil in der zweiten Halbzeit haben wir kaum noch Entlastung hingekriegt. Hatten auch, glaube ich, keine einzige Möglichkeit mehr. Da war der Gegner natürlich übermächtig und wollte unbedingt den Ausgleich dann. Nur wir haben es immer geschickt irgendwie noch geschafft, das abzuwenden. Und jetzt freuen wir uns über den 1-0-Sieg. Dankeschön. Dankeschön.